Es war für mich Ende Gelände, aus die Maus, ich höre auf, ich muss was anderes machen. Irgendwas Relevantes für die Gesellschaft. Weil dann war natürlich die grosse Frage, was ist denn relevant für die Gesellschaft? Ich habe vor ein paar Jahren so eine Vision gehabt. Es muss eine Bewegung sein, dass ich 100'000 Euro habe. Unsere Philosophie ist eigentlich ein in sich geschlossener Kreislauf zu haben. Das heisst, es braucht vor allem ein bisschen. Ich wähle mir den Schlüsselbetrieb und schicke sie auf die Hand. Mit lauter Leuten, die sonst keiner mehr will. Wir haben mit diesen Bauern vereinbart und die Verantwortung nahmen wir auf unsere Schulter, seine Ware zu einem guten Preis zu verkaufen. Darum sind wir da auch schon reich, aber einfach nicht mit Geld. Das hätten wir nie geglaubt, dass wir uns so vergrößern entwickeln. Ich will einen Gewinn haben, damit ich weitergehe. Quantitatives Wachstum ist nicht wichtig, aber ich möchte qualitativ wachsen. Es ist ein ganz klares Vehikel, wo wir da sind, um das Wohl der zusammenarbeitenden Gemeinschaft zu unterstützen. Ich kann nicht die Welt retten. Das müssen wir schon gemeinsam machen.